Daniel! Oh, das tut mir leid. Ist ja okay, Mensch. Daniel Reiko! Lalalalalala Haben wir doch einen schönen Killer für euch ausgabiert. Hast du dich verklickt oder hast du extra auf Breit gedrückt, Daniel? Er hat Freddy genommen. Ja, als ich den Killingkiller wähle, dann ist es nicht Freddy. Freddy ist das hier. Freddy! Freddy hat nur Brandspuren überlegt. Musst du dich da nicht verkleiden, oder wie? Ja, ein bisschen. Okay. Das geht mir bei der Hexe auch so, da kann ich so sein, wie ich bin. Ja, ich weiß. So. Daniel macht nicht ein Cosplay von dem Killer, sondern ein Killer macht ein Cosplay von Daniel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, nix. Ich weiß nicht, welchen Map ich hab. Bro, ich hätte ja eine Map auswählen können. Und Bücher werden wir, dass wir im roten Wald bauen. So safe. Das wär cool, das wär cool, das wär cool. Ja, du hast es ausgewählt, Bro. Ich hab überhaupt nichts ausgewählt. Ja, also mit letztes Mal, ne? Ach so, das bleibt. Cool. Wo ist ich mich? Cool. Nein. Das hört mich. Gott bringt's. Wenn ich gut Killer spielen könnte, ich würd dich jedes Mal sowas von töten. Ja, wenn du's könntest. Also ich töte gerne für dich Nicola als erstes. Ja, ich soll ich dir sagen, weil ich... Ja, bitte mach. Nee. Oh, schade. Wir könnten einen anderen suchen, Leute. Nicola! Ähm, ja okay. Was denn? Nee, nee. Hast mich gesehen? Nee. Oh, schade. Echt schade. Juhu. Ich fick dich, Alter. Richtig? Lass mich. Oh, tut mir echt Meiers. Lass mich. Ich mach die Scheiß noch fertig. Nein. Ich kann pisse dich. Hey, kein Ge... Ich kann pisse dich. Hä? Hä? Ich hab dich auch oben bei mir. Lol. Ich hatte da ein neues Teil, du Wichser. Hä? Bist du leck? Ey, Bro? Was? Was wird damit denn los? Was ist leck? Dein Internet. Wieso mit meinem? Nö, ich leck nix. Ja komm, komm, komm. Bei mir ist gut. Komm, komm. Komm doch! Ich hoste doch nicht. Ich hab nur die Lobby. Auch wenn ich nicht Killer spiele. Ja, auch wenn ich nicht Killer spiele. Ja. Ja, dann nehmt ihn aber bitte auf in die Freundesliste, wenn das bei mir laggt. Jo. Habe schon. Äh, Daniel? Ähm. Ja. Ich hab irgendwie alles verloren. Oh Mann, ey. Okay. Er sucht die Blutspur die ganze Zeit, aber... Keine Ahnung. Oh! Ey! Gleich zwei Punkte! Ja, du! Ja, ein dritter ist. Du auch. Juhu! Feuerwerk! Oh! Scheiße! Weg! Weg! Oh ja! Manchmal weg mit deinem Zahnstocher, Alter. Mit welchem Zahnstocher, Alter? Mit welchem Zahnstocher, Alter? Mit welchem Zahnstocher, Alter? Besser. An deinem Arsch. Kleb da. Fuck. Alter, er läuft nicht so langsam, du machst mir Angst. Versenden wir. Komischer. Ist das so tricky, ja? Mit dem Skillcheck. Wir den Alpha Peter nehmen, ein Generator. Er ist ein Flugzeuggenerator. Ich hab den Generator endlich fertig gemacht, ja. Oh. Oh. Das ist soweit. Mann! Was soll denn das? Das ist doch kein Fairplay, hey! Das geht ab. Darf doch den... Ey! Nico! Niko! Ja. Niko! Hast du wieder Punktefarben? Niko! Niko! Ich fand das Spiel echt geil, also... Ey, sag mal, warum hängst du mich jemals jetzt auf den Kacken? Ja, der größte Arsch muss hängen! Halt! Gib dir gleich der größte Arsch! Dein Arsch ist bestimmt größer als... Das glaub ich nicht! Du bist hier hingekrabbelt! So und Witz! So und Witz! Also, wo seid ihr... Doch! Du bist eine Frau! Frauen haben ein geburtsfreudiges Becken! Ah, okay! Also das ist der Arsch! Er ehrt, dass das Dauer fällt! Niko! Seid ihr alle schwarz, oder? Was? Achso, ganz... Ich seh euch alles... Nein, ich bin Latino! Ihr habt keine Chance! Das hat Dauer auf bei ihm! Ja, hol mal den Pupser da runter! Das kann doch nicht sein! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Schöö, schöp! Hier, hier, hier! Komm, 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 komm! Okay, wo ist Daseid! Ich seh ich hab eh' ihn, Leute! Mach ich! Er kommt wieder zurück! Ach, es macht eh mal'n Hit! Lauf! Was? Fängt doch eh gleich wieder! Vielleicht sollten die nicht alle zusammen in die gleiche Richtung laufen! Ja, ich glaub' das hier... Einer muss mich heilen! Deswegen lauf' ich hinterher! Nein! Der macht doch eh mal'n Hit! Geh doch weg! Ähm... Ey, ich kann dich nicht... Ach, da seid ihr! Ich find das so schön, dass ihr euch heilt. Ich weiß dann einfach genau, wo ihr seid. Das ist eine Lüge, Daniel. Ja. Das ist eine Lüge. Du hängst jetzt, ne? Ey, fangst du dich, Alter. Du musst halt so gerade entkommen. Jo. Hätte ich auch noch irgendwo, ich weiß was. Ja. Ich weiß, dass sie irgendwann noch sind. Vielleicht noch nicht. Wir wollen hier nicht so und da, ich hab's. Ähm, ich hab's nie gekrabbelt. Warte, warte! Hehehe. Hehehe. Ich bin erschreckend. Warum kann... Warum hinterlässt man keine Blutspuren, wenn man krabbelt, ey? Ohne es. Was ist das? Nein! Auch da, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich! Ihr seid echt! Nett! Pascal! Mich vergessen die... Ach, jetzt einmal auf einmal wieder hier! Hier! Ja, 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 ja. Kommst du verrecken! Hehehe. Alter, wo seid ihr denn? Ach, da! Hellwunk. Achso, ja, wegen... ja. Ja, wegen Chewie, jemand. Ja, gut. Es heißen Barbecue und Chewie, nicht Chewie. Ja, weiß. Ja, ähm... Wer jetzt vor mich rennt, ist tot. Aber ich hab hier keinen Insta-Kill dabei. Also... Vom Boden her. Er hat K.O. dabei... Ah, ne, doch nicht. Er hat sich nur getragen. Ah, das ist irgendwie klar. Wir sind gefickt. Und... Ah, Daniel. Oh! Ich schieb dir gleich meinen... Werkzeugkoffer... ...quer in den Winx-Ju-Train... Äh, Winx-Ju-Train schon. In... Wie heißt das? Overworld, genau. Boah, bitte, ja, mach das. Echt nett. Ja, tschau, Daniel. Wahrscheinlich kannst du haben. Ja, ich weiß. Ich hasse dich. Hehehehehehe, ich bin die Hexie! Du hängst jetzt... Du brauchst es nicht verdient zu leben, Alter. Ja. War wirklich ein Schilly, er weiß Insta wie ihr sollt. Das ist echt schön, Leute. Mhm. Das ist echt schön. Ein Roboter... Also, ich nehm nie Barbecue-Nchili mit, Alter. Nein! Wie? Hä, mei, ja, ich nicht. Nur am Anfang hab ich das da nicht reingepackt. Was macht das? Ah, fuck. Also, wenn jemand auftragen wird... Alter, warum weißt du immer, wo ich bin, ey? Barbecue-Nchili! Er sieht, wenn er einen aufhakt... Jeden auf... Ja, ich bin nur durchs Durchgelaufen, Alter. Ja, eben, dann siehst du, Pascal, du wockst nämlich die ganze Zeit im selben Ort. Boah, ich seh's jetzt auf Bindung. Das ist gar nicht wahr! Ähm, kann ich dich mal ablegen? Haha. Also, ähm... Ich würde hier gerne noch einen... Aufließen. Ah, schade. Oh. Oh, keine Angst, ich häng erst bei der Koran, ja? Nein. Alter, ich glaub, ich hab gleich wieder einen Platz frei auf meiner Liste. Haha. Haha. Nein! Arsch! Mag dich nicht. Ich dich auch nicht. Boah. Man hat's gekettzt, so. Eigentlich nur der Brune. Wo ist die Brune? Das weiß ich denn. Ähm. Lol. Ja. Sofort. Tod. Wo, sagst du mir, wo du bist? Oder gehst du jetzt durch die Lücke, weil du nicht ganz nahm? Du denkst jetzt nicht ernsthaft, dass ich mit dir spreche? Ich auch. Ich muss kurz auf Korra, ich komm gleich wieder. Ich auch. Soll ich gerne noch Mikeller spielen? Ne, doch, mach ich. Wenn du Mikel oder Veranstalter bist, dann geh ich. Also du bist kein Veranstalter, ja? Ja. Persönlich hast du mich denn jetzt mit der Lücke reden. Was? Das bringt Punkte. Das bringt Punkte. Du brauchst doch hier keine Punkte. Nein, lass mich. Doch, Bro. Sag mir, wo die blöde Luke ist. Gute. Boah. Bitteschön. Hab ich immer wieder gern gemacht. Oh du ey. Oh du ey. Ne.